Schon als kleines Kind war ich immer ein riesen Fan von Autos, besonders von japanischen Sportwagen. Das war immer so mein Traum irgendwie. Ich habe wirklich mein ganzes Leben dann quasi darauf gewartet, endlich auf den Tag, an dem ich 18 werde. Auf den Tag, an dem ich meinen Führerschein bekomme, auf den Tag, an dem ich Auto fahren kann. Und ja, irgendwann war es soweit. Jetzt ist mittlerweile schon fast ein halbes Jahr oder ich glaube sogar über ein halbes Jahr schon her. Und ich glaube, es wird immer Zeit, euch mein Auto vorzustellen. Mein Renault Megane CC. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Baby, through the night Through the night